Hallo! An manchen Tagen, wenn mir fad ist, dann nehme ich Let's Plays auf. Wenn mir noch viel, viel fader ist, dann mache ich Musik. Oder umgekehrt. Eigentlich mache ich hauptsächlich Musik und nebenbei Let's Plays. Aber gut, und ich habe mir gedacht, ich werde das jetzt ein bisschen verknüpfen und so. Ich möchte jetzt hier nicht meine ganze Musik präsentieren und so, sondern nur einen kleinen Teil davon, und zwar Chiptunes, die ich ab und zu mache. Unter dem Namen Impulsanregung ist eines meiner Musikprojekte. Und ja, ich werde hier ab und zu jetzt Chiptunes hochladen. Das hier ist der erste, habe ich Forest Dungeon Forest genannt, wegen irgendwie so musikalischem Aufbau und Stimmung und so. Denke ich mir, passt ganz gut. Und viel Spaß damit! Das hier ist der erste, habe ich mich überrascht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.